Oh, der Punktestand ist hoch. Aber wohin ist meine Zwiebelgeschichte verschwunden? Es tut mir leid, Kinder, aber ich kann euch die Geschichte leider nicht vorlesen. Können Sie sich vielleicht noch an die Geschichte erinnern? Ja. Dann erzählen Sie uns den Rest. Gute Idee. Es war einmal vor langer Zeit eine Zwiebel, die hieß Kasper Zwiebel. Er wollte am liebsten alle anderen zum Lachen bringen, aber stattdessen brachte er sie zum Weinen, weil er eine Zwiebel war. Was für ein wunderschönes, trauriges Ende. Oh nein, Madame Gazelle, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Oh, ich verstehe. Fahren Sie fort. Kasper Zwiebel sagte, ich ziehe in die Welt hinaus und lerne, wie man lustig ist. Er traf eine Tomate und die Tomate sagte, setz einen lustigen Hut auf. Aber die Leute weinten immer noch. Er traf eine Banane, die sagte, zieh ein paar lustige Schuhe an. Aber die Leute weinten immer noch. Kasper Zwiebel wollte schon aufgeben, da flüsterte ihm eine Ananas ins Ohr. Was könnte die Ananas wohl gesagt haben? Setz eine lustige rote Nase auf. Trag mir lila Perücke. Das ist gut. Aber in Wirklichkeit sagte die Ananas, mach doch was Lustiges, Kasper Zwiebel. Kasper Zwiebel machte was Lustiges und alle lachten. Sie lachten und lachten und lachten. Das war's. Ganz herrlich. Ich glaube, das hat uns doch allen gefallen. Die Eltern sind gekommen, um ihre Kinder abzuholen. Ich war gerade im Buchladen, Mama Wutz. Da stehen überall ihre Bücher. Was genau meinen Sie mit 4, 5, 3, 9, 6, 7? Also, ehrlich gesagt... Das Ende muss man wohl entschlüsseln. Ja, ja, sehr modern. Sehr gut gemacht, Mama Wutz. Dankeschön. Die Eltern lieben das Buch von Mama Wutz. Die Kinder lieben das Buch von Mama Wutz. Alle lieben das Buch von Mama Wutz. Was? Papa Wutz, Sie haben dieses Buch ja schon seit 10 Jahren. Schuseliger Papa. Entschuldigung, Frau Mimmel. Geht schon in Ordnung. Jetzt können Sie sich ein neues ausleihen. Frau Mimmel, dürfen Schorsch und ich uns jetzt auch ein Buch ausleihen? Gern. Die Kinderbuchabteilung ist hier drüben. Oh, guck mal. Über Feen, Blumen, Prinzessinnenkleider. Hallo, Peppa. Oh, hallo, Klausi. Ich leihe mir ein Buch über Fußball. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Ich leihe mir ein Buch über Krankenschwestern. Schorsch hat sich ein Buch über Dinosaurier ausgesucht. Klausi, ja. Guck mal, was ich gefunden habe. Betonmischen Band 2 für Fortgeschrittene. Hier ist ein Roter Affe Buch. Nein, bloß nicht das Rote Affen Buch. Das ist so öde. Das ist aber eine andere Geschichte. Sie ist vielleicht spannender. Ist sie bestimmt nicht. Also, es war einmal ein lustiger Roter Affe. Er nahm ein Bad, putzte sich die Zähne und ging ins Bett. Nein, er flog zum Mond mit einer Rakete. Oh. Er machte Picknick mit einem Dinosaurier, tauchte hinab ins Meer und kletterte auf den höchsten Berg hinauf. Das war ein toller Tag. Ende. Boah, lies es nochmal. Wir können es ja ausleihen und zu Hause nochmal lesen, Peppa. Aber eigentlich wollte ich mir schon dieses Buch hier ausleihen. Oder dieses hier. Wenn du möchtest, kannst du auch drei Bücher ausleihen, Peppa. Yippie. Aber vergiss bitte nicht, sie rechtzeitig zurückzubringen. Ja, Frau Mimmel. Und sie müssen ihr Buch diesmal auch rechtzeitig zurückbringen. Papa Wutz. Ich werde dafür sorgen, dass Papa es nicht vergisst. Gut, Peppa. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Ho, ho. Wenn Peppa ins Bett geht, nimmt sie ihren Teddy immer mit unter die Decke. Wenn Schorsch ins Bett geht, nimmt er seinen Dinosaurier immer mit unter die Decke. Seid ihr jetzt endlich müde? Nein, Papa. Wir brauchen noch ganz viele Geschichten. Papa Wutz liest euch eine Geschichte vor. Also welches Buch wollt ihr? Ähm, das Rote Affenbuch. Ho, ho. Na gut, ich lese euch das Rote Affenbuch vor. Peppa und Schorsch lieben das Buch vom Roten Äffchen. Es war einmal... Oh, Verzeihung, Papa Wutz. Es war einmal ein rotes Äffchen. Dieses Rote Äffchen nahm ein Bart. Und es putzte seine Zähne. Dann ging es ins Bett. Und schon bald schlief es tief und fest. Gute Nacht, Rotes Äffchen. Aus. Peppa und Schorsch sind eingeschlafen. Gute Nacht, Peppa und Schorsch. Schlaft schön. Jetzt sind Peppa und Schorsch im Bett. Und Mama Wutz und Papa Wutz wollen ein bisschen Fernsehen. Und nun ist es wieder Zeit für den genialen Inspektor Kartoffel. Auf die Sendung habe ich mich schon so gefreut. Der geniale Inspektor Kartoffel ist immer im Einsatz. Er rennt schnell. Er springt hoch. Er schläft niemals. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Und es sieht aus, als wäre es auch Schlafenszeit für Mama und Papa Wutz. Oma Wutz! Oma, los! Hallo, meine Liebchen. Ihr solltet doch schlafen. Erzähl uns eine Geschichte. Also gut. Aber nur, wenn ihr versprecht, dass ihr gleich wieder einschlaft. Wir schlafen erst nach der Geschichte. Na schön. Also es war einmal ein... Ein kleiner Junge. Der hieß Pedro Pony. Und der fand eine Zauberbohne. Oh, ja. Also, Pedro pflanzte die Bohne ein. Und daraus wuchs eine riesige Bohnenranke, die bis zum Himmel reichte. Ganz genau. Pedro kletterte an der Ranke nach oben und fand dort... Einen schrecklich großen Riesen. Aber den will ich nicht. Ich will eine Prinzessin. Oh, ja. Da fand er die wunderhübsche Prinzessin Peppa. Und Sir Schorsch, den tapferen Ritter. Und ein Koch, der kochte das leckerste Essen der Welt. Mama Wutz, Papa Wutz und Opa Wutz warten mit dem Essen. Ich sehe mal nach, wo Oma Wutz bleibt. Und was kommt jetzt in der Geschichte? Ungezogene Oma Wutz. Du hast sie geweckt. Wir schlafen ja wieder ein, wenn die Geschichte fertig ist, Opa Wutz. Ich bin gut im Fertigerzählen, Oma Wutz. Du kannst runtergehen. Ich komme gleich nach. Da ist ein Junge, eine Bohnenranke, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter und ein Koch mit dem leckersten Essen der Welt. Und als sie mit dem leckeren Essen fertig waren, schliefen alle ein. Ende. Und alle wachten wieder auf. Und dann kam ein Zauberer. Ein Zauberer? Ja, ein Zauberer. Der macht eine große Zaubershow. Ah, aber... Dann kam auch noch ein schrecklicher Drache. Zehn Uhr. Hurra! Wie viele Fahrscheine? Ein Mama-Fahrschein und zwei kleine Schweinchen. Und einmal Fisch, bitte. Der Fisch fährt umsonst. Festhalten! Herr Bulle wartet auf den Bus. Oh, einen Fahrschein zum Musikklagen, bitte. Guten Morgen, Herr Bulle. Wir fahren mit Goldi zur Tierärztin. Oh, weh. Geht's uns heute nicht gut, Goldi? Sie kann nicht sprechen. Sie ist ein Fisch. Natürlich. Vielleicht mag sie ein bisschen Musik aus meiner Tuba. Die klingt aber komisch. Darum fahre ich auch zum Musikladen. Die reparieren sie. Oh. Frau Locke, Frau Mietze, Herr Zebra und Madame Gazelle steigen in den Bus. Also, vier Fahrscheine zum Supermarkt, bitte. Hallo, Madame Gazelle. Wir bringen Goldi zur Tierärztin. Oh. Geht's Goldi nicht gut? Sie mag sie. Die Räder vom Bus drehen rundherum, rundherum, rundherum. Die Räder vom Bus drehen rundherum, Tag für Tag. Supermarkt. Wiedersehen. Musik laden. Wiedersehen. Endstation. Tierärztin. Die Tierärztin macht kranke Tiere wieder gesund. Oh, ist das der traurige kleine Fisch, der nicht frisst? Ja, sehen Sie mal. Mama Wutz, wir haben heute einen besonderen Überraschungsgast. Ehrlich? Wen denn? Teddy Lausbub. Er hat einen Schlafanzug, ein Fotoalbum und eine Zahnbürste dabei. Wofür ist denn das Fotoalbum? Wir knipsen viele Fotos von ihm, wenn er etwas Schönes macht. Oh. Meine Freunde waren mit Teddy Lausbub schon in der ganzen weiten Welt. London, Paris, Ägypten. Mann, oh Mann. Teddy Lausbub hat wirklich schon viel erlebt. Ähm, ich hoffe, dass er auch mit uns viel erlebt. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Alle mal herhören. Das ist Teddy Lausbub. Hallo. Er ist heute unser Gast. Macht ihm alle mal ein bisschen Platz hier. Krach. Oh, und das ist Herr Dinosaurier. Aber wunder dich nicht, der redet nicht so viel. Krach. Wir machen ein Foto für das Album von Teddy Lausbub. Spaghetti. Spaghetti. Papa, Teddy Lausbub soll aber morgen bei uns was ganz Spannendes erleben. Können wir vielleicht zum Nordpol fahren? Äh, wie wäre es mit dem Supermarkt? Ja. Ich glaube, Teddy Lausbub war noch nie in seinem Leben einkaufen. Am nächsten Morgen geht Peppa mit Teddy Lausbub in den Supermarkt. Siehst du, hier kriegt man alles. Orangen, Äpfel, Bananen. Das ist wirklich sehr interessant. An der Kasse muss man seine Einkäufe bezahlen. Schorsch möchte ein Foto machen. Okay, Schorsch. Spaghetti. 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 Aber Opa, Schorsch ist doch auch klein und er muss trotzdem warten. Ja, Schorsch ist noch klein. Also, dann muss er auch nicht warten. Oh weh, Linus und Schorsch rutschen die ganze Zeit. Opa, dann sind wir denn mit dem Rutschen dran. Keine Sorge, Peppa. Sie werden schon nicht so lange rutschen. Ach, mir ist so langweilig. Mir auch. Dann lass uns doch schaukeln. Pedro Pony sitzt auf der Schaukel. Pedro, kann ich jetzt mal schaukeln? Ich will nur ein ganz kleines bisschen noch. Aber du sitzt da doch schon seit Ewigkeiten drauf. Opa Wurz, kannst du mich ein bisschen anschubsen, bitte? Ich denke, jemand anderes ist jetzt mal dran mit Schaukeln, Pedro. Aber ich muss bald nach Hause gehen. Oh, verstehe. Das ist was anderes. Ich werde dich anschubsen. Aber Opa. Mir ist so langweilig. Mir auch. Mir auch. Kommt, wir fahren Karussell. Alle wollen Karussell fahren. Zu viele Kinder auf dem Karussell. Alle Mann runter. Aber Opa Wurz, ich war doch als erstes da. Aha. Dann kannst du also zurück aufs Karussell. Ich muss aber auch drauf. Oh, warum denn das, Luisa? Ähm, weil ich glaube, ich hab bald Geburtstag. Oh. Oh, okay. Und ich auch. Oh, in Ordnung. Sind alle Mann bereit? Ja. Stopp. Es sind ja gar keine Jungs auf dem Karussell. Ähm, also, sind jetzt alle Mann bereit? Ist es ein gefährliches Spiel? Nein, Pedro. Opa Clef hat mir versprochen, dass es ein ganz harmloses Spiel ist. Oh. Aber es wird aufregend. Also spielt ihr mit? Hallo. Dann lauscht meinem Plan. Einst hatte ich einen großen Haufen Gold rechtmäßig gestohlen. Aber ich wurde beraubt von einem Käpt'n Wuck. Was? Piratensprache ist ein bisschen schwer zu verstehen. Käpt'n Wuck stahl meinen Schatz. Oh. Wisst ihr, Käpt'n Wuck ist ein furchterregender Pirat. Einige von euch kennen ihn unter seinem Decknamen. Opa Wutz. Ah, Opa Wutz. Der Plan ist, aus Käpt'n Wuck's Versteck meinen Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hurra. Alle sind begeistert davon, Pirat zu spielen. Hallo, Opa Wutz. Wir sind unterwegs. Vortrefflich. Vortrefflich. Opa Wutz und Polly Piepmatz bewachen den Piratenschatz. Möge die schwarze Galeone schnell und der Rückenwind mit uns sein. Was heißt das denn? Alle Mann zum Boot. Ho, ho, ho. Ja. Und stopp. Zieht eure Schwimmwesten an. Auf dem Boot von Opa Clef müssen alle Kinder eine Schwimmweste tragen. Dieser lausige Käpt'n Clef sollte längst hier sein. Hier ist eine schöne Tasse Tee, Opa Wutz. Oh, danke, Opa Wutz. Na, endlich. Sind jetzt alle soweit. Herr Käpt'n Clef, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Und ich. Ja, um das zu reparieren, sind wir hier. Oh. Und dauert das denn lange? Es dauert genauso lang, wie es dauert. Bagger, Bagger. Schorsch liebt Bagger. Hier rüber, Herr Rüder. Okay, was? Herr Bulle ist der Boss. Herr Bulle, wo kommt das ganze Wasser eigentlich her? Das kommt aus einer kaputten Wasserleitung unter der Erde. Und wie reparieren Sie das? Wir reißen die Straße auf. Boah. Wir drehen das Wasser. Boah. Schorsch liebt Kräne. Wir holen das alte Rohr raus. Und setzen das neue Rohr ein. Danke, dass Sie uns alles erklärt haben, Herr Bulle. Oh, kein Problem. Wiedersehen. Bis später. Oh weh. Schorsch möchte gar nicht von Herrn Bulles Baustelle wegfahren. Wir wollen doch zum Spielplatz, Schorsch. Du kannst ja im Sandkasten. Du kannst ja im Sandkasten auch Bagger und Kran spielen. Außerdem sehen wir Herrn Bulle bestimmt noch mal auf dem Heimweg. Peppa und ihre Familie sind beim Spielplatz angekommen. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Edmund Elefant und Linus Löffel spielen im Sandkasten. Brumm. 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 Kommt, ihr spielen in den Sandkasten? Oh ja. Stopp. Wo ist das Problem? Wir reißen jetzt die Straße auf. Und ich bin der Boss. Oh. Und Brumm. Mr. Kartoffel ist endlich in der Stadt angekommen. Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel. Hurra. Boah, ist das eine große Kartoffel. Ich erkläre das Fitnesscenter für eröffnet. Vorbildlich. Wir sollten alles vortreiben und Obst und Gemüse essen. Welche sollen wir denn essen, Mr. Kartoffel? Äpfel, Orangen, Möhren, Tomaten. Auch Kartoffeln? Ähm. Warum sind sie nicht so klein wie eine normale Kartoffel? Weil er eben keine normale Kartoffel ist. Er hat Beine. Normale Kartoffeln haben keine Beine. Er ist eine Superkartoffel. Wir sehen jeden Morgen ihre Sendung. Das ist gut. Ihr könnt mir gerne ein paar Bilder schicken. Machen wir. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute malen wir Bilder für Mr. Kartoffel. Hurra. Ich male eine Ananas. Ich male eine Möhre. Sehr gut. Und was malst du, Emily? Eine Erbse. Wunderschön. Und Petro? Eine Superkartoffel. Oh, verstehe. Und Schorsch hat eine ganz wunderbare Tomate gemalt. Papa, welches Gemüse hast du gemalt? Meinen Papa. Beim Fernsehgucken. Fantastisch. Gut. Wir stecken jetzt die Bilder in einen Umschlag und schicken sie an Mr. Kartoffel. Es ist morgen und Zeit für die Sendung von Mr. Kartoffel. Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel. Das ist das Museum. Hallo zusammen. Wollt ihr zur Mondausstellung? Ja, Frau Mümmel. Fünf Karten bitte. Hier bitte schön. Genießt eure Reise zum Mond. Oh, wir fliegen ja tatsächlich zum Mond. Nein, Peppa. Ihr tut nur so als ob. Hier entlang bitte für die Reise zum Mond. Herr Löffel führt die Tour. Oh. Bereit machen zum Abflug. Wir tun nur so als ob, oder? Genau, Peppa. Wir tun nur so. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Start. Wir leben auf einem Planeten. Weiß jemand, wie er heißt? Erde. Das stimmt. Ich bin ja auch Experte im Weltraum. Es gibt noch sieben andere Planeten, die unsere Sonne umkreisen. Weiß jemand, wie sie heißen? Ähm. Der Merkur. Oh, sehr gut, Edmund. Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun, Ursprung. Edmund weiß alles über den Weltraum. Ich bin ein Schlauberger. Weiß denn jemand, woraus die Planeten bestehen? Die sind aus Pappkarton. Diese Modelle sind aus Pappkarton. Aber echte Planeten bestehen aus Stein und Eis und Gas. Aber der Mond ist natürlich aus Käse. Nein, der Mond ist auch aus Stein. Und das hier ist eine ernsthafte Tour. Also keine Witze. Da wären wir. Auf dem Mond. Das ist aber nicht der echte Mond. Oder doch? Nein. Wenn es der echte Mond wäre, könntet ihr über meinen Kopf springen. Oh. Weiß jemand, warum man auf dem Mond so hoch springen kann? Die Schwerkraft. Oh, ja, das stimmt, Edmund. Die Schwerkraft hält uns alle auf dem Boden. Auf dem Mond ist sie schwächer. Deshalb kann man höher springen. Oh. Tufitab, Tufitab, der Zufler fährt jetzt ab. Keuch und Schauf, Keuch und Schauf, Tufitit, Tufititab. Annoch, ihr sind eure Arbeitsblätter. Oh. Die Kinder sollen nach allem Ausschau halten, was auf dem Arbeitsblatt steht. Ein Boot. Ein Signalpfosten. Und ein Tunnel. Ich sehe Bäume. Sind Bäume auf dem Blatt? Äh, nein. Und ich sehe Wolken. Sind Wolken auf dem Blatt? Nein. Ich sehe Opa Kleff. Ahoy-oh. Hallo, Opa Kleff. Ist Opa Kleff auf dem Arbeitsblatt? Aber, Peppa, mein Opa ist doch nicht auf dem Arbeitsblatt. Aber er fährt mit einem Boot. Und ein Boot ist auf dem Blatt. Hurra. Die Kinder haken das Boot auf dem Arbeitsblatt ab. Fahrscheine, bitte. Herr Löffel kontrolliert bei allen die Fahrscheine. Ähm, ich hab meinen Fahrschein wohl verloren. Oh je, Bine. Miau. Da ist doch dein Fahrschein, Pedro. Du hast auf ihm gesessen. Pass auf, dass du ihn nicht noch mal verlierst, Pedro. Bergauf, fährt der Zug langsam. Hui. Bergab, fährt der Zug schnell. Madame Gazelle, mir ist ein bisschen schlecht. Kann ich bitte nach vorne gehen? Mary, Pedro. Du kannst nach vorne zur Lok gehen. Tuff, 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 tuff. Hallo, Pedro. Fühlst du dich nicht so gut? Möchtest du auch einmal den Zug steuern? Au ja. Hahaha. 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 Ich kann Seilen springen. Ich kann singen. Funkel, funkel, kleiner Stern. Ich kann tanzen. Ich kann mich gar nicht für eins entscheiden. Ich hab ja so viele Talente. Keine Sorge, du kannst dich morgen entscheiden. Na gut. Heute ist der Talenttag. Meine Talente sind Seilspringen, singen und tanzen. Ich habe gestern den ganzen Abend geübt. Also, ich habe gestern Abend Fernsehgucken geübt. Das ist kein Talent. Das hat Madame Gazelle gesagt. Was soll ich dann tun? Wer möchte uns zuerst sein Talent zeigen? Klausi Kleff? Ich kann Trommel spielen. Ich kann auch noch lauter. Nein, das war wunderbar, Klausi. Pedro Pony. Was ist dein Talent? Zaubertricks. Ahem. Hier ist ein Glas mit Wasser. Es ist nass und durchsichtig. Ah. Und jetzt lasse ich das Wasser verschwinden. Oh. Bitte schließt die Augen. Öffnet eure Augen. Das Wasser ist verschwunden. Dankeschön. Emily Elefant. Ich spiele jetzt Blockflöte. Und was ist dein Talent, Luisa? Ich kann einen besonderen Ton. Das geht nur, wenn ich auf Zehenspitzen stehe. Das war aber sehr gut. Ja. Aber was kann ich zeigen? Molly, was ist dein Talent? Seilspringen. Ich wollte doch Seilspringen. Ich zeige euch mal, wo ihr heute Nacht schlaft. Das war das Zimmer von Mama Wutz, als sie ein kleines Schweinchen war. In der uralten Zeit. In diesem Bett hat eure Mama geschlafen. Oh, ein hüftiges Bett. Hier ist sie. Ihr seid genau wie eure Mama, als sie noch klein war. Ist Mama auch auf dem Bett gehüpft? Natürlich. Aber Mama sagt immer, dass wir nicht auf dem Bett hüpfen dürfen. Als sie ein kleines Schweinchen war, war sie genauso frech wie ihr. Ehrlich? Ja. So, und jetzt gehen wir zu Opa Wutz in den Garten. Opa Wutz. Opa, los. Hallo, Pepper. Hallo, Schorsch. Seht mal hier meine Möhren. Opa Wutz ist sehr stolz auf sein Gemüse. Oh. Und hier sind meine Erbsen. Ah. Aber am allerbesten ist mein saftiger Salat. Oh nein, mein schöner Salat. Ich glaube, die Vögel haben ihn gefressen, Opa. Ja, Vögel. Und warum hat Herr Vogelscheuche sie nicht weggescheucht? Weil die Vögel, die meinen Salat gefressen haben, sehr töricht sind. Was ist los, Opa Wutz? Deine Freunde haben schon wieder meinen Salat gefressen. Welche Freunde? Tom, Fritz und Martin. Sie heißen doch ganz anders. Oma Wutz hat Hühner. Sagt Hallo zu Jessica, Sarah und Vanessa. Hallo. Und das ist Günter. Ist Günter ein Hühnerjunge? Ja, Pepper. Er ist ein Hahn. Er ist der Schlimmste. Kratzt mir meinen ganzen Salat weg. Günter tut keiner Fliege was zu leide. Er frisst die Fliegen sogar. Luisa Löffel, Zoe Zebra, Luzi Locke und Pepper spielen gern Seilchenspringen. Ich mag Sand. Ich mag Meer. Ich sag, Luzi, komm zu mir her. Ich mag Ping. Ich mag Pong. Ich sag, Zoe, du auch jetzt komm. Ich weiß was. Wir machen, wer von uns am längsten springen kann. Ich zähle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zoe gewinnt. Hurra. 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 Pedro, möchtest du auch mit Seilchen springen? Nein, danke, Pepper. Ich mache Hula-Hoop. Drulla-Rulla, Drulla-Rulla, Drulla-Rillerei. Hula-Hoop, Hula-Hoop. Eins, zwei, drei. Oh. Wie viele Runden kannst du, ohne zu stoppen? Eine Million. Und drei. Boah. Das ist oft. Los, wir zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das waren acht. Ich bin geradezu müde. Den Rest mache ich später. Kannst du Hula-Hoop, Emily? Ich habe da so meine ganz eigene Art. Emily Elefant kann Hula-Hoop mit ihrem Rüssel. Hurra. Das waren bestimmt schon einhundert. Schorsch will gerne Boxspringen. Schorsch liebt Boxspringen. Also Boxspringen für alle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh weh, es ist doch ein bisschen hoch für Schorsch. Keine Angst, Schorsch. Ich komme rauf zu dir. Das macht zwei Euro, bitte. Oh. Schorsch hat keine Angst mehr vor der Höhe. Oh, es ist schon ein bisschen hoch hier. Ich nehme lieber die Treppe. Die Treppe ist voller Kinder. Da geht's nach unten, Papa Wutz. Oh, also gut. Oh. Hereinspaziert. Schießt auf die Scheibe und gewinnt einen Riesenteddy. Das schaffst du doch locker, Mama. Wir brauchen doch nicht noch so einen Riesenteddy, Pepper. Keine Sorge, sie gewinnen nicht. Frauen haben dabei keine Chance. Entschuldigung, was haben sie gesagt? Es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Wie viel kostet ein Schuss? Zwei Euro. Mama Wutz hat gewonnen. Unglaublich. Hier ist ihr Riesenteddy. Hurra. Ich will auch so einen Teddy haben. Bitte, Mama. Der ist viel zu groß. Ist er gar nicht. Papa Wutz und Schorsch fahren mit dem Riesenrad. Festhalten, bitte. Oh, das ist wirklich hoch. Oh. Puh, gut, dass es vorbei ist. Fünf Riesenradrunden für zwei Euro. Fünf Riesenradrunden? Oh nein. Oh. Hereinspaziert. Tretet näher. Messt eure Kraft beim Hau den Lukas. Was muss man da tun? Also, sie hauen hier fest drauf mit dem Hammer. Klingel die Glocke, dann gibt's einen Preis. Keine große Kunst, aber man braucht Kraft. Ich versuch's mal. Zwei Euro. Schlaf gut, Pepper. Tschüss. Luisa, Luzi und Emily sind schon da. Hallo zusammen. Hallo, Pepper. Ich habe meinen Teddy mit. Hallo zusammen. Zoe hat ihren Stoffaffen. Uh, uh, uh. Emily ihren Frosch. Uh, uh. Molly ihre Eule. Uh, uh. Und Luisa ihre Möhre. Möhre, Möhre. Herr Zebra guckt Fernsehen. Das ist besser. Ich hab was angeguckt. Aber das war uns zu langweilig, Papa. Papa Zebra geht jetzt ins Bett. Er muss morgen früh raus zum Post austragen. Du sagst es, Mama Zebra. Und macht nicht mehr so lange. Gute Nacht, Mama. Pepper und ihre Freunde machen sich bettfertig. So ist kleine Schwestern. Die Zwillinge Susi und Sina wollen auch dabei sein. Die Übernachtungsparty ist nur für große Mädchen. Möhre. Sie sind so süß, die Kleinen. Können sie hier bleiben? Na gut. Aber ihr müsst versprechen, dass ihr wach bleibt. Versprochen. Oh, ein Klavier. Ich habe Unterricht. Hört mal. Funkle, funkle, kleiner Stern. Darf ich auch mal? Ich auch. Funkle, funkle, kleiner Stern. Wer du bist, das wüsste ich gern. Psst, ihr müsst ganz leise sein, damit Papa Zebra schlafen kann. Ab in eure Schlafsäcke, bitte. Was machen wir jetzt? Bei Übernachtungspartys gibt es immer ein Mitternachtspicknick. Was ist ein Mitternachtspicknick? Wir essen was, aber heimlich. Oh. Aber ich vermisse Luzi schon ein bisschen. Hm, lass uns Luzi anrufen. Hallo, Frau Wutz. Peppa möchte bitte Luzi sprechen. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Wir können wieder Freundin sein, wenn du dich entschuldigst. Tut mir leid, dass ich gesagt habe, du schummelst. Auch wenn du das wohl getan hast. Also, mir tut es leid, dass du je meine beste Freundin warst. Das macht mir nichts. Ich finde schnell eine neue beste Freundin. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Alle Kinder sind auf dem Spielplatz. Klausi Kleff ist auf dem Karussell mit seinem besten Freund, Pedro Pony. Schorsch ist auf der Wippe mit seinem besten Freund, Linus Löffel. Wippen. Wippen. Luzi Locke ist auf der Schaukel, ganz alleine. Hm. Peppa spielt Minigolf, ganz alleine. Hm. Da kommt Emily Elefant. Darf ich auch mal spielen? Ja. Emily, Luzi Locke ist nicht mehr meine beste Freundin. Jetzt kannst du meine beste Freundin sein. Aber meine beste Freundin ist doch Molly Mietze. Oh. Miau. Hui. Zoe, wenn du magst, kannst du meine beste Freundin sein. Aber meine beste Freundin ist Luisa Löffel. Oh. Hui. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Ah, gut. Ich sehe, ihr seid wieder Freundinnen. Wir sind keine Freundinnen. Und wir werden nie wieder Freundinnen. Hm. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr das klärt. Peppa, entschuldige dich, Paar Luzi. Aber nur, wenn sie sich entschuldigt. Zuerst. Nur, wenn du dich zuerst entschuldigst. Ich weiß was. Ich zähle bis drei und dann sagt ihr beide gleichzeitig Entschuldigung. Na gut. Oh. 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 Mama, Papa, es ist ganz dunkel und die Musik geht nicht mehr. Der Staubsauger geht auch nicht. Und mein Computer ist ausgegangen. Oh. Mama Wutz versucht, das Licht einzuschalten. Aber es geht nicht. Bestimmt ein Stromausfall. Was ist ein Stromausfall? Stromausfall heißt, es gibt keine Elektrizität mehr. Was ist Elektrizität? Elektrizität. Das ist, was alles hier am Hause antreibt. Kommt denn dann die Elektrizität wieder? Ja. Aber in der Zwischenzeit brauchen wir eine Taschenlampe. Ich glaube, wir haben eine im Keller. Alles klar. Ich geh sie mal holen. Geht das denn, Papa Wutz? Hoho, natürlich geht das. Ich sehe sehr gut im Dunkeln. Wer hat das da hingestellt? Oh. Papa, alles in Ordnung? Ja, es ist nur ein bisschen dunkel hier unten. Oh, jetzt fällt's mir ein. Ich glaube, die Taschenlampe ist in der Küche. Mama Wutz hat die Taschenlampe gefunden. Darf ich die Lampe halten, Mama? Na gut. Schorsch, guck mal hier. Peppa zieht eine lustige Grimasse. Keine Angst, Schorsch. Das ist doch nur Peppa. Oh, wir sollten Papa sagen, dass wir die Lampe gefunden haben. Papa Wutz ist immer noch im Keller und sucht nach der Taschenlampe. Sie muss doch hier irgendwo sein. Papa, wir haben die Taschenlampe gefunden. Zum Glück war sie die ganze Zeit in der Küche. Na, was für ein Glück. Hohoho. Mama Wutz sucht am Computer nach einem Spielzeugschrank. Aha. So, welchen nehmen wir? Können wir den dann nehmen? Bitte. Der ist perfekt. Mama Wutz kauft den Spielzeugschrank. Glückwunsch. Ihre Bestellung wurde registriert. Oh, prima. Am nächsten Morgen kommt Herr Zebra, der Postbote, mit einer Speziallieferung. Was ist das? Das ist ein Spielzeugschrank. Das ist ein Spielzeugschrank. Oh, und warum ist der so platt? Tja, der ist zum Selberbauen. Oh. Keine Sorge, Peppa. Für deine Mama und deinen Papa ist das kein Problem. Wiedersehen. 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 Und was machen wir jetzt? Jetzt bauen wir den Spielzeugschrank auf. Ja. Merkwürdig. Es gibt keine Anleitung. Vielleicht ist der so einfach aufzubauen, dass man keine Anleitung dafür braucht. Mama, können wir helfen? Ja. Zuerst brauche ich ein Brett. Hier ist ein grünes Brett. Danke, Peppa. Und jetzt brauche ich vier Beine. Eins, zwei, drei, vier. Vier blaue Beine, Mama. Wunderbar. Wir sind in Nullkommanichts fertig. Hier ist eine rote Tür, Mama Wutz. Danke, Papa Wutz. So, fertig. Gut gemacht, Mama Wutz. Aber warum ist er so winzig? Wie sollen da unsere ganzen Sachen reinpassen? Er ist wirklich ein bisschen klein. Oh, Sorge hat noch ein Stück gefunden. Ähm, vielleicht ist das ein Ersatzbrett. Ehrliche Landluft. Jetzt errichten wir unsere Zelte. Peppa und ihre Freunde bauen die Zelte auf. Kinder, sucht euch je einen Partner, mit dem ihr euer Zelt teilen wollt. Luzi, wollen wir in ein Zelt? Ich habe es schon Zoe versprochen. Ähm, Entschuldigung, Luzi. Ich habe es schon Luisa versprochen. Luisa, du hast gesagt, du kommst zu mir. Oh, ja. Emily, mit wem bautest du denn in ein Zelt? Ähm, Zoe. Oh, ja. Gut, jetzt kannst du doch mit mir ins Zelt. Ja, toll. So, ich brauche noch Holz für unser Lagerfeuer. Wir holen Holz. Ich und Petro wollen Holz holen. Oh, oh, ihr könnt alle Holz holen. Peppa und ihre Freunde holen Holz fürs Lagerfeuer. Wundervoll. Es ist Nacht. Peppa und ihre Freunde sitzen rund ums Lagerfeuer. Kinder, lasst uns etwas singen. Ja. Den Ping-Pong-Song, bitte. Oh, ich weiß ja nicht. Bist du, Madame Gersel, den Ping-Pong-Song. Also gut. Uuuuh. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Baum und nem Bing. Bong-bling-Buh, bing-bong-bling, bing-bong-bing-di-bong-di-boh Bong-bling-Buh, bing-bong-bing, bing-bong-bing-di-bong-di-boh Oh, oh, also Kinder, Zeit fürs Bett Gute Nacht, Kinder Gute Nacht, Madame Gazelle Dann geht's los Oh, das Boot fährt rückwärts Ah, die Brücke, pass auf Ups Ah, das war knapp Wiedersehen Wiedersehen Eine schöne Fahrt Ich hoffe nur, mein schönes Boot bleibt heil Nur keine Sorge, wird schon gut gehen Peppa, läute die Glocke Ei, ei, Käpt'n Papa Ich habe ein bisschen Hunger Hab ich auch Opa hat ein Picknick vorbereitet in der Kombüse Was ist eine Kombüse? Eine Kombüse ist eine kleine Bootsküche Kommt mit Peppa und Schorsch klettern in den Bootsrumpf Boah Was für eine winzig kleine Küche Wo ist das Picknick? Der beste Platz wäre hier drin Das ist aber kein Picknick Dann muss es hier sein Das ist auch kein Picknick In dieser Küche steht nichts am richtigen Platz Ui, ein Fernseher Papa Wutz kann das Picknick nicht finden Das ist doch unmöglich Wenn das meine Küche wäre, hätte ich das Picknick hier Oh, gut gemacht, Peppa Peppa hat das Picknick gefunden Köstlich Oh, da sind die Enten Hallo Enten Wollt ihr etwas Brot? Peppa und Schorsch lieben es, die Enten zu füttern Passt auf, Schilfgras voraus Kein Problem Opa Wutz Brot kommt da bestimmt gut durch Stecken wir fest? Nein, wir setzen zurück Stecken wir jetzt fest? Ja Solange Papa arbeitet, können wir alle Geburtstagsüberraschungen vorbereiten Als erstes backen wir seinen Geburtstagskuchen Wir brauchen Butter, Zucker und Mehl Dann nehmen wir ein Ei Und das allerwichtigste, die Schokostückchen Mama Wutz backt einen Schokokuchen Papa Wutz liebt Schokokuchen Dann alles verrühren Mama, darf ich rühren? Ja, Peppa Peppa liebt es zu rühren Schorsch möchte auch mal Gut gemacht, Schorsch Jetzt ist genug gerührt Bitte sehr Papa Wutz Geburtstagskuchen Hurra! Wir müssen ihn nur noch in den Ofen schieben Mama, darf ich den Löffel ablecken? Ja, du kannst den Löffel ablecken und Schorsch leckt die Schüssel aus Yippie! Peppa und Schorsch lieben Schokokuchenteig Armer Papa Wutz, er verpasst den ganzen Spaß Mama, darf ich Papa anrufen und ihm herzlichen Glückwunsch sagen? Das ist eine schöne Idee In diesem Büro arbeitet Papa Wutz Hallo, hier spricht der Löffel Kann ich bitte mit Papa Wutz sprechen? Jemand für dich, Papa Wutz Es klingt wichtig Hallo, hier ist Papa Wutz Herzlichen Glückwunsch, Papa Herzlichen Glückwunsch! Hoho, danke schön, Peppa Komm bald nach Hause, Papa Tschüss Tschüss Herzlichen Glückwunsch, Papa Wutz Hihi, danke schön Es gibt noch was Wichtiges zu tun, bevor Papa Wutz nach Hause kommt? Ja, Papas Geburtstagsüberraschung Pssst, Schorsch Denk dran, es ist ein Geheimnis Pssst Papa, warum liegst du auf dem Boden? So kann man die Sterne am besten beobachten Guckt mal die kleinen Sterne Stellt euch vor, ihr würdet sie besuchen Das ist der große Wagen Ja, und die beiden Sterne an der Spitze zeigen auf den Nordstern Boah Nordstern, Nordstern Bist du nah oder bist du fern? Wir besuchen dich sehr gern Hoho, aber Peppa Die Sterne sind dafür viel zu weit entfernt Sind sie noch weiter weg als das Meer? Oh ja, aber durch ein Teleskop Sehen sie viel näher aus Haben wir denn ein Teleskop? Nein, aber Opa Wutz hat ein sehr gutes Teleskop Können wir jetzt sofort Opa Wutz besuchen? Hohoho, es ist viel zu spät Vielleicht können wir mal eine Ausnahme machen, Papa Wutz Hurra! Peppa und Schorsch fahren zum ersten Mal mit dem Auto durch die Nacht Guckt, wir folgen dem Nordstern Nordstern, Nordstern Funkelst hell und bist so fern Alle haben dich sehr gern Peppa und Schorsch sind am Haus von Oma und Opa Wutz angekommen Oh je, ich hoffe sehr, dass Oma und Opa Wutz nicht schon im Bett liegen Was macht ihr denn hier um diese Uhrzeit? Wir wollen die Sterne sehen Peppa und Schorsch würden sehr gern mal durch dein Teleskop gucken Verstehe, gute Idee Alle Mann mit aufs Dach hinauf Hier ist es, das alte Lieschen Boah! Peppa ist nicht an den Ball gekommen Peppa und Luzi lieben Tennis spielen Aber Schorsch fühlt sich ein bisschen ausgeschlossen Schorsch, tut mir leid Aber du kannst nicht Tennis spielen Wir haben doch nur zwei Schläger Ich weiß was Schorsch ist unser Balljunge Ja! Das ist eine sehr wichtige Aufgabe Schorsch ist jetzt der Balljunge Er muss den Ball holen, wenn er zu weit geschlagen wurde Ich schlag auf, Luzi Oh, vorbei Balljunge Danke, Balljunge Oh, Balljunge Danke, Balljunge Balljunge Oh weh, dieses Spiel gefällt Schorsch gar nicht Da kommen Klausi Kleff, Pedro Pony, Molly Mieze, Luisa und Linus Löffel Hallo zusammen Hallo Wir spielen Tennis Können wir mitspielen? Aber wir haben nicht genug Schläger Oh Dann spielen wir was anderes Wir spielen Fußball Ja, Fußball! Mädchen gegen Jungs Jeder braucht einen Torwart Ich, ich Ich, ich Pedro Pony und Luisa Löffel sind die Torwarte Wir fangen an Tor! Untertitelung des ZDF für funk, 2017